Hallo, Johnny-Wilten-Wortdoss, willkommen, wir schribbeln und raten, was für Wörter gestribbelt werden. Das krieg ich doch hin. Malfus Winter Turtle. Pass mal auf, Jungs. Cowabunga. Jetzt geht's los. Warte mal, wir haben eine Kategorie, oder? Wir sind bei Pokémon. Nee, wir haben ihre Kategorien. Ich wollte doch eigentlich eine andere Farbe dafür nehmen. Yeah. Ja, okay, wir sind Doppel-Pokémon. Was soll das denn? Sind wir nicht? Ja, den kennst du. Ja, ja, ich übertreibe ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das so hinkommt, aber... Das passt. Ich dachte, ich mach's nicht zu offensichtlich. Ich wollte eigentlich mit Orange anfangen, aber hat er nicht übernommen. Oh ja, doch, wir haben mehrere Kategorien, ich verstehe. Ich hoffe, es ist an Deutsch. Aber ich glaube, das Spiel ist zu klug. Zwei Worte. Oh ja, oh. Das wird jetzt schon komplizierter. Mhm, 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 mhm. Ich hab selber die Kategorie Englisch, den hab schon wieder vergessen. Was macht der Mann? Was ist denn das, Fully? Kannst du mir besser malen? Okay. Kann ich tippen? Hä, wie soll das? Verarschen? Warum, warum war Fully nicht mehr weiter? Oh, das Wort ist falsch geschrieben. Was ist falsch geschrieben? Da fehlt, äh, da fehlt ein L. Ihr müsst das ohne L machen. Sag mal. Wollt ihr... Das ist... Das ist ja richtig dumm. Ey, ernst, was soll das darstellen, warum mit Fully jetzt aufzuzeichnen? Hä, wie... Das ist lang. Vielleicht ist das noch was anderes. Moment, anders. Ne, Moment. Ich war schon wieder falsch rum. So rum muss ich's machen. Okay. Wenn man's so rum machen muss, was haben wir dann da Schönes? Aha. Okay. Das könnten immer noch sehr viele Dinge sein. Ah. Oh. Was? Oh. Wow, Fully, Alter. Das war früh. Das hattest du schnell. Ach so. Ah, ich hab schon so ein bisschen gespielt. Das war irgendwie so, wie das so schnell gewesen ist. Perfekt. Diddy Kong Racing. Äh. Das ist ein gutes Spiel. Okay. Ich mach mal, was das nicht irgendwie... Fucking Videospiel in der Serie oder sowas ist. Ja, genau. Was sind wir für Wichser, dass wir das gemacht haben. Ja. Ich hab's nicht so ausgesprochen, aber ich hab's mir gedacht. Wir wollen schon raten. Ich hab ne Idee, aber... Das passt nicht mit den Buchstaben. Ja. Ich weiß eigentlich, ich hab da so ein paar Dinge im Kopf gehabt. Äh? Äh? Ist ja noch nicht fertig. Wir haben nur 34 Sekunden. Ähm. Gibt dir mal Mühe da. Ganz cremig hier. Mit dem E da, das macht ja noch weniger Sinn. Aber ich weiß... Das sieht so spezifisch aus. Das ist bestimmt so ein spezifischer Name dazu, ne? Nein. Ich hab keine Ahnung, was... Ja! Ja! So spezifisch ist der Name nicht. Ja, aber ich hab doch Sushi eingegeben. Oggi, ich seh dich. Ich bin auf einer Wellenlänge. Okay. Ist doch ein Sushi, oder? Nein. Reibe! Reibe! Reibe? Wahr! Also... Hä? Okay. Ich hab's gesehen. Also... Nee. Ich hab's überhaupt nicht erkannt. War vor allem ein richtiges Wort oder? Dann heißt es auf einmal, uh, hab ich gar nicht erkannt. Das ist so nicht richtig. Yeah! Let's go! Äh! Es war ja abwiegend hier. Er soll schnell wieder ein Videospiel wählen. Einmal keine Sushi wählen. Ja, ich muss ein Videospiel wählen. Äh... Oder ein Film. Das wollt ihr, glaub ich, nicht. Ich find's... Ich find's viel lustiger auch in dieses ganze Videospiel und Filme und sowas. Ich mag das gar nicht für das Spiel. Ja. Ja, können wir auch... Warum nimmst du nicht die Farbe, die ich auswähle? Mein Grafiktablet funktioniert damit nicht. Oh. Okay, jetzt muss ich hier gar nichts wählen. Mhm. Cool. Wieso hast du was gemacht? Ja, das sollte aber nicht sein. Okay. Punkt. Lila. Kann ich das alles nochmal löschen irgendwie? Ja, kannst du. Okay. Das... Ich mach mit Maus. Das funktioniert alles nicht. So. Hm. Nee, es funktioniert alles. Hä? Ja, da könnt ihr echt viel raten, oder? Aber ihr habt's jetzt. Wobei! Hä? Ihr habt's nicht unbedingt. Ihr habt es höchstens erst jetzt. Ach so. Ähhh. Doch mal, kennt ihr das immer? Voll geil. Ich hab voll geil gespielt. Ja. Ich war... Ich hätte... Ja, das hätte ich... Das wäre besser gewesen, wenn ich... Also wenn ich nicht so viel... Ich dachte... Alter... Der passt doch gar nicht Among Us hin. Ja. Das war auch nur Among Us. Hab ich auch grad... Ja, irgendwie schon. Aber die sind sich ähnlich auch. Die sehen sich sehr ähnlich. Ich hab halt die Augen gemacht. Aber... Hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich halt... Keine Ahnung, ne Map gezeichnet, wie sie runterfallen oder so. Mein Tablet macht... Funktioniert damit leider nicht. Ich bin im Wunder... Ich bin so gut im Zeichnen. Oh. 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 Ach so, warte mal. Ich hab nicht auf... Die Buchstaben gehabt. Oh. Ich tipp schneller. Ich hab's. Ihr habt's erkannt. Ich versteh's nicht. Wie, was? Oh. Jetzt. Mega, man. Super fighting, bro. Yeah. Der schießt doch mit... Der schießt doch mit hier Zitronen. Ja. Wir haben mir ne Zitrone geschossen. Vier Buchstaben. Also wenn man einfach noch redet, ist man gar nicht mal auf dem schlechten Weg. Stimmt. Der fully tryhardet richtig rein. Hä? Oh Google. Ja, doch. Sag mir doch was. Ach so. Nicht? Der Mögi. Ah. Er hat wohl jetzt nicht so viel Mühe gegeben. Nein. Dann hat's nur für Platz 2 gereicht. Dann hat er wohl einfach Mögi geschlagen. Tragig. Oh Gott, warum... Warum ist er immer alles vor mit Film und Videospielen? Oh Gott. Weil wir aber gar nicht so ein Videospielen. Weil wir das ausgewählt haben. Ja. Sag doch vorher, dass du das nicht willst. Wusste ich ja nicht mehr. Aber ich finde... Ich finde davon viel leicht zu zeichnen. Ich hatte ja keine Ahnung. Super. Ich finde das andere auch witzig. Aber ich mag beides halt. What? Ne. Doch. Ah doch. Ja, wir sind noch nicht fertig, Freunde. Ja, aber mehr für dich hab's schon. Was? Was? Die Buchstaben waren halt... Ah. Sehr verräterisch. Ja. Nicht schlecht, Mögi. Er war schneller. Ah ne, ich war schneller. Mann, ich wusste, dass du es eintippst. Aber ganz knapp. Ich tipp halt nicht zehn Finger. Ich bin so langsam. Ehrlich auch nicht. Sehr gut. Mögi wird immer schneller tippen als wir. Ja. Wenn das gleichzeitig weiß. Ich hab ja gerade gezeichnet. Oh nein. Oh Gott. Auch. 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 Joni wählt ein Wurf. Oh Gott, ich kenn das alles nicht. Ja gut, das schon. Aber das ist doch blöd. Ist ja auch besser so. Ja, das eine waren Pokémon, das wollte ich jetzt nicht malen. Ja. Okay. Gott, warum darf ich... Warum kann ich nicht einfach meine... mein Zeichentablet nehmen? Tja. Wir verwenden auch keins. Wenn du eh in schwarz zeichnest, dann kannst du es doch nehmen. Shit. Nee, es hat gerade... Es hat gerade... Es hat gerade... Es hat gerade... Ja, als ob ihr das jetzt schon habt. Ja. Hä, ihr habt schon? Ja. Ja. Achso. Ja. Ich hab auch wieder an den Originalfilm gedacht. Ja, klar. Ich auch. Scary Movie. Ich hätte ihnen jetzt vielleicht noch einen Joint gegeben. Für Mogis der Originalfilm. Oder ein Handy. Ja, komm schon. Obwohl ihr jetzt den Originalfilm auch nicht gesehen habt. Nein. Get up! Das ist doch wieder eine Reihe. Das war ein Versuch wert. Ah. Äh. Das ist nicht mehr ein richtig Buchstaben. Mach ich das? Äh. Äh. Würde ich mach mal besser. Ja, genau. Achso. Das sollte nur ein Gliedmaß sein. Ist das Pokémon? Hab ich keine Ahnung. Nein. Okay. Oh. Fuck! Nein, ich bin nein! Jetzt wollte ich so schnell tippen. Ich bin abgerutscht. Ich wollte jetzt nicht verschrieben werden. Oh. Ach. Das sind die Augen da oben. Das ist doch ein Mr. Krabs. Yeah. Da haben wir doch den Vorgänger. Ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge. Sieben Buchstaben. Dieses Mal lässt die Hände direkt deine Tastatur. Mhm. Besser ist... Hä? Ne. Das ist es doch nicht. Achso. Ich weiß doch nicht, wie das heißt. Oh. Danke, Johnny. Oh Mann! Ich hab keine Ahnung, wie das aussieht, ehrlich gesagt. Das war ich der dritte, obwohl ich der erste war. Oh. Ah. Fucking Namen von Pokémon. Okay. Heißt das andere wenigstens Starmie? Ja, das andere heißt Starmie. Starmie. Yeah! Was? 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 Das finde ich gut. Wie sieht's aus, Jungs? Ich hab schon nie das sofort wusste. Ich bin großer Fan. Erkennt ihr denn nicht die Würde? Hä? Ja, die normalen Haushaltsgegenstände sind schon so am spaßigsten. Hä? Man, da muss man einfach so Trivia-Wissen haben. Oh, jetzt sieht's aus wie... Achso. Wie... Was? Da kriegt der das? Für mich sah es jetzt noch weniger daraus. Nee, 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 nee. Komm, Maeve. Die werde ich mir... Heute werde ich die mir noch machen. Ach, Erbsen. Ich liebe Erbsen als Beilage. Die werde ich heute essen. Nam, nam, nam. Gute Erbsen. Oh Gott, warum ich so weit hinten... Ich bin weit hinten. Wo bist du weit hinten? Das mach ich nochmal... Jetzt geh ich nochmal richtig ran. Hm... Oder auch nicht. Können wir eine Runde nur mit Lebensmittelzeug machen oder so? Wir hatten nämlich Wein, Erbsen und Reibe. Haben wir eine Küchen-Kategorie? Haben wir, ja. Können wir noch Küche machen oder so? Ja, das ist geil. Also... Also Food. Food war die Kategorie. Das ist echt cool. Die anderen Sachen waren leider noch lamer. Es tut mir leid. Äh... Ich weiß nicht mal mehr, welche Farben das alle sind. Oh, ich war schneller. Nice. Was ist denn da mit C an dritter Stelle? Ach so. Yeah. Yeah. Ich hätte jetzt nicht gewusst, wie ich es sonst darstellen soll. War schon gut so? War schon gut. Ich... 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 Und nicht auf was anderes als Windows. Mhm. Was ist das? Ja, okay. Hm. 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 Das ist doch nicht braun. Doch. Natürlich gibt es braune Elefanten. Hm. Die indischen. Was ist er denn? Hä? Was? Oh, shit. Hm. Ah, ne. Hm. Ah, das ist so scheiße. Folie und Tiere. Meine Auswahl war... Folie und Tiere. Meine Auswahl war... Meine Auswahl war... Eine Katastrophe. Es sieht irgendwie aus wie ein Tier. Zumindest. Oh, oh, ähm. Nein, ich weiß es. Ey, wie heißt das denn? Ich weiß es. Oh nein. Ge? Ja. Nein, wie... Ja. Uh. Als ob die es mehr gehabt. Oh, 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 let's go. Das ist doch der, der seine Steinhausen gerne macht. Ach, die, oh, was. Ja. Hinterlässt. Und sich Pokéball im Fernsehen anguckt. Okay. Sieben Buchstaben. Gott, ich... Pokémon sind echt mies. Als ob ich den Namen weiß. Ich weiß... Ich erkenne es, aber dann... Wirklich. Ba-da-ba-ba-ba-bau. Wow. Wow. Als ob ich die Weiterentwicklung habe. Und nicht einmal habe ich dafür volle Punkte bekommen. Tatsächlich habe ich Joghurt gehabt übrigens. Wüsste ich jetzt nicht, wie ich die mache. Einen Rucksack. Boah, stark. Joghurt hätte ich gewusst, wie ich den Zeichen habe. Backpack. Rucksack. Einen Rucksack und dann... Und dann eine Eule davor und die guckt so... Ey, das hat gepasst von dem Buchstaben, oder? Nee. Ja, deswegen habe ich es... Nee, ich auch. Ich glaube leider nicht. Ich mache ich wieder einen normalen... So. Hampti-dampti. Was mit einem W als zweites? Äh, was? Ja, ach so. Hä? Nee. Ja, ja, es kommt gleich. Aber das ist doch, das ist doch äh... Das? Dann... Ach so. Wieso warst du schneller? Warum hast du das tatsächliche Wort... Ich habe wieder ein bisschen verschrieben. Ja, und weil es doch zu einfach gewesen. Aber du bekommst ja Punkte, wenn wir es dann haben. Ich hätte erst Shrek gezeigt. Ja, ihr habt es ja auch so erraten, oder nicht? Dann hätte er eine Zwiebel in der Hand. Uh! Let's go! Ich dachte, was für ein Emoji mit ZW. Der Zwaugige. Den holen wir uns noch. Was? Wieso ist das hier dabei? Nehme ich das? Nee. Nee, nee, nee. Das ist mir zu riskant. Da war Skribble-IO dabei. Oh. Okay, jetzt bin ich dir endlich Rat. Das war doch ein Fehler. War das? Strong, oh Gott. Ach was? Ich muss ja wirklich gar nichts mehr machen. Ich hätte noch eine Walnuss gehabt. Heißt das Walnuss oder Walnuss? Walnuss. Walnuss? Was meinst du? Walnuss oder Walnuss? Walnuss ist aus der Plants vs. Zombies. Ja, du sagst Walnuss? Das ist ja auch, weil sie groß wie ein Bach ist. Es wird geschrieben wie beim Walnuss. Aber ich glaube, da gibt es regionale Unterschiede wieder, wie die Leute das aussprechen. Als ob das nicht stimmt. Shit, man. Als ob es nicht der gute Regenwurm ist. Ah. Ah, da ist ein I. Nee. Ah. Ja. Yo. Ähm. Ach so. Nee. Ja. Jetzt kommt. Ah. Oh. 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 Was? Quallenfischen, Quallenfisch. Quallenfisch? Nee. Oh ja. Das wäre jetzt traurig, wenn du da jetzt nicht draufkommst. Nein! Hat er falsch geschrieben? Nein! Was habe ich falsch geschrieben? Ach, komm schon. Er hat bestimmt Tittenfisch geschrieben. Fuli, heute haben wir's. Ja. Tittenfisch. Ich weiß nicht, was ich geschrieben habe. Solche Kinder. Ach, nö. Wer kommt da nicht, oder? Ah. Uh. Äh. Fünf Buchstaben. Komm, wir haben so viele Worden gespielt, das müssen wir doch hinkriegen. Hä? Äh. 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 Das hat ein paar mehr Buchstaben. Ich hab vergessen. Äh. Äh. Ich hab's. Ich check's. Okay, gut. Mindestens einer. Es ist, glaube ich, die falsche Farbe. Welche Farbe ist denn das? Lila? Ich raff's nicht. Ja, Lila, ja, Lila sieht richtig aus. Ja, ich glaub, das muss es sein. Ja, das stimmt, das sieht richtig aus. Ja, ja, das sieht richtig aus. Ja, ja, das stimmt. Ja, ich hab' ja auf die Farbe vergessen davon. War ne gute... Oh. Ich hab' sogar an die Website gedacht, aber irgendwie... Dachte ich dann so, ja Google wird's nicht sein. Keine Ahnung. Der macht wieder ganz zum Schluss irgendwas, was dann plötzlich Sinn ergibt. Hm. Ich bin bereit dafür. Hm. Warum ist der so rot? Das ist doch... Ist das Sonnenbrand? Ist das ein Film? Ist das eine Serie? Ist das wieder was normales? Ist das Pokémon? Ich hab' keine Ahnung. Ich auch nicht. Oh. Oh. Kann's sein. Moment, Moment, wir schaffen das schon. Ich glaub' ich versteh's, aber ich... Ich glaub' ich versteh's nicht. Ah, doch. Oh, 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 eh. Was? Schnell schreiben! Was? Hab' ich verschrieben. Was? Hab's mit ihr geschrieben, ne? Oh, ich hab's auseinander geschrieben, ich vollidiot. Oh. Ah. Der hat Zeichen drin gemacht. Shit, da sind so viele Punkte für Maeve dadurch. Das war doch der gute Spooderman. Oh, da bin ich deutlich zurückgefallen. Oh, was? Oh Mann, hätte ich mal Spiderman gemacht. Ich liebe Spiderman. Ich auch. Was? Kann ich mal lassen gehen? Was ist hier los? Ja, musst du. Kann ich nicht, da passiert nichts. Ich bin stark. Tja. Ah, jetzt. Ich mag's ja... Ich find's eigentlich generell super lahm, dass man sich selbst... Können wir nicht einfach irgendwas vorgegebenes haben? Nein. Du meinst was unerwartetes, ne? Ja, weil wir schon sowieso wissen, welche Kategorien alle da sind. Das halt... Dann mach doch einfach Wortpakete, da gibt's doch bestimmt... Es gibt doch offizielle Wortpakete. Ich kann einfach... Einfach mal alle auswählen und dann... Ich weiß nicht, ob die euch alle machen will direkt, aber ich auch. Ja, oder nicht Wortpakete, sondern so... Ja, einfach alle Wörter... Scribblio ist halt ein bisschen so. Da hatte man dieses Problem nicht. So. Bibelgeschichten. Ja, allgemeines zum Beispiel ist nicht schön. Hab ich das genommen? Ne. Ich dachte, du hast vorgelegt, was ich genommen habe. Oder wir nehmen irgendwas, was äh... Okay, hi. Hi. Okay, wir... Wir haben verschiedene Kategorien, oder was? Ja, ich hab noch was. Ich bin gespannt. Ich hab keine Ahnung. Vier Buchstaben. Ich bin... Bereit zu raten. Können wir jetzt unendlich raten ausmachen? Nein, so spielt man das. Fuli hat dann alles recht dazu. Ja. Was? Ah, das ist richtig. What the fuck? Hä? Das ist seltsam. Ich hab da sogar das Gefühl, in meinem Bewusstsein hat das Wort mehr Buchstaben. Weil es tatsächlich hat. Ah, okay. Ich weiß nicht. Eier klingt für mich nicht, als hätt's nur vier Buchstaben, oder? Doch, schon. Äh... Bei mir halt nicht. Doch. Okay, Freunde. Ja. Dann zeig doch mal, wie gut ihr seid. Oh. Das haben wir... Das... Da haben wir einige. Da hab ich ein bisschen was zu tun, sag ich euch. Dann hack mal in die Tasten, Fuli. Hast du gerade Pepsi Man geschrieben, ey? Ne, Pepperoni. Achso. Oh, da kommt einiges. Das ist einiges. St. St. Ah. Ah. Boah. Ah. Ah. Aber das macht doch trotzdem keine Sinn. Was? Wie heißt die denn? Ja, doch. Achso. Ich denke, er will schon Bescheid. Ja. Obwohl, ne. Brauchst du noch einen Tipp, Johnny? Ich erkenne, was das ist. Ich kenn das Wort, ne? Dafür, glaub ich. Mehrfachsteckdose. Erkennst du nicht die Mehrfachsteckdose, wenn sie vor dir steht? Ne. Für mich sind das so Steckerleisten oder Steckdoseleisten. Und nicht... Oh, Mehrfach. Ja. Mehrfach hab ich nicht gedacht. Scheiße. Ist das Wort Scheiße, Fully? Kein guter Anfang. Nö. Das war's. Da gibt's so viele, da gibt's so viele Wörter für. Okay. Ja. Ba-da-ba-ba-ba-bau. Ba-ba-da-au. Falschgeschrieben, ey. So eine Scheiße. Obwohl, so viele Wörter gibt's gar nicht. Ich dachte, es gibt mehrere, aber... Es gibt schon viele Wörter auf der Welt, Johnny. Mhm. Ja, so drei oder vier. So drei oder vier. Fully und ich berufen uns auf die gleiche Studie. Ja. Sehr gut. Was? Wieso mach ich das grad so komisch? Hm. Hm. Das hab ich noch nie so gezeichnet. Äh... Hä? Nein. Hä? Was? Ich versteh das Haar darin gerade nicht. Was zum Fick mach ich hier? Hä? Ich versteh's nicht. Ich versteh's auch nicht. Warum ist da ein Haar? Ich versteh auch nicht. Warum ist da ein Haar? Ja. Wieso hab ich das so verkackt, dass du zeichnest? Lokführer? Lokführer! Oh. Habt ihr wenigstens erkannt, dass das ne Eisbahn ist? Ja. Ja, das haben wir ja erkannt. Aber der Lokführer war... Den Loco hatten wir alle, glaub ich. Der hat gefehlt. Weil ich hab gar nichts erkannt. Nein, ich hab gar nichts erkannt. Wobei ich überlegt habe, Lokführer einzutippen. Aber... Huch. Wieso hast du das versteckt? Ich dachte, das passt nicht. Oh. Wenn ich auf dem Schirm, dass man's auch mit L-O-K einfach die Lok bezeichnen kann. Ich hab mindestens mit Loco gerechnet, dachte ich mir. Was ist da? Ach, Lokomotivführer. Ja, natürlich. Lokführer war mir zu kurz. Wollte grad sagen, aber wie denn sonst? Vier Buchstaben kurz. Na ja, es gibt keinen Sinn. Erbs. Na toll. Der Pfeil kam zu spät. Da war Mund schon getippt. Die hat direkt alles getippt, was ich eigentlich reingemalt habe. Auge. Kopf. Auge. Mund. Oh, ich liebe mein Wort. Den Mund nicht voll. Jetzt, jetzt. Bereit euch voll, das wird ein Hit. Neun Buchstaben. Ai, ai, ai. Das wird ein Hit, meine Freunde. Hm. Jalapeños. Was sag ich denn? Äh, ich glaub so. Oh, äh, ich glaub ich weiß was es ist. Verdammt, wie heißt das nochmal? Ich hab's. Jetzt noch einen guten Milligen Apfel dazu. Schade. Oh, was? Ah. Fucking. Äh. Jo, und ähm. Drahtesel. Ja. Nicht der beste Drahtesel. Das ist ein schönes Wort. Ich will mehr solcher Wörter erraten müssen. Ähm. Es müsste so ein Paket geben mit komischen... Was hab ich hier denn für ne Auswahl? ...deutschen Begriffen. Okay. Kannst du gerne machen. Ja, da weiß ich ja alles. Ja, da weiß ich ja alles. Stimmt. Purple Flurp! Jahu. Das ist doch Säure in der... Wolli, ich seh seine Nude! Was? Wer ist er denn? Ja, der ist ein bisschen dreibeinig geworden. Das stimmt. Hat er nicht so ne Mütze? Ich glaube schon. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wir wissen nicht mal was es ist. Nein. Achso. Ähm. Achso. John ist draufgekommen. Nein! Glück hab ich mich nicht verschrieben. Was? Wie schreibt man das denn? Ja, das ist super scheiße. Haha, das wird nicht... Oh. Das ist so gemein. Na, Doppel D! Doppel D! Find ich gut. Komm schon. Aladdin. Aladdin. Acht Buchstaben. Du setz dich mal auf deine acht Buchstaben für junger Mann. Okay. Auf den Po-Po-Po-Po. Ich wollte auch gerade irgendwas finden. Hintern. Was? Was? Nee. So Jungs. Wenn ihr das jetzt nicht holt, dann könnt ihr ja auch nicht mehr helfen. Achso. Mhm. Ich habe erst die getreue Pistole versucht. Guter Colt. Der Revolver. Der denkt auch, alles dreht sich um ihn. Tut es das? Der heißt glaube ich so, weil sich das Ding da dreht. To Revolve. Revolve. Nicht. Letzter. Platz. Bei mir läuft nicht. Ich werde die Führung noch verlieren. Ja, jetzt hole ich auf. Ich gehe leider. Ich tippe wie ein Weltmeister. Fünf Buchstaben mal. Jetzt ist der Kreis. Jetzt können wir mal Fuliswörter eingeben. Nein, es warte sind hier. Das kenne ich doch. Das kenne ich doch. Hä? Was? Nee. Macht mal nach, Freunde. What? Was? Wäre glaube ich gut, wenn Maeve nicht einen gelben Fußball machen würde. Ja. Ja. Da werde ich nicht schreien, hoffe. Ich möchte ja auch nicht glauben, wer daran festhält. Okay, wann geht es? Wird das? Wir gehen jetzt zurück. Was? Kommt, Leute. Das muss doch reichen. Hä? Honig. Oh mein Gott. Hast du keine Biene gemalt, Maeve? Nein, ein Honig. Mann. Ach, das sollte eine Wabe sein. Stimmt, ich hätte eine Biene gemalt können. Waben haben auch weniger Ecken. Oh. Morgi hat's geholt. Ja, dann. Setz dich mal auf deine Sechspunkstaben. Setz dich mal auf deine Sechspunkstaben. War irgendwie Honig. Eine Biene hätte auf jeden Fall geholfen. Naja. Ne, Moment. Ich muss erst... Es gibt einen Zurück-Button, ne? Naja, ist gut. Ich mach das schon. Äh. Ist interessant. Ja. Alter, ob ich dritter war. Mhm. Der war müde. Muss ja hier... Die Führung muss ja irgendwo verloren gehen. Ich glaub, Maeve ist grad schon... Ne, Morgi hat grad richtig raufgeholt. Mit dem Honig. Okay. Morgi ist gut dabei, denk ich. Ne. Wir werden sehen. Honig, ich bin zu Hause. Ist doch wieder Doodle Jam. Ist das Doodle Jam? Ist doch Doodle Jam, was ich da seh. Nein. Äh. Ähm. Ich weiß es nicht. Wie du weißt. Jetzt nicht verschreiben. Ja. Ja. Du hast... Ach so. Oh ja, Morgi war auch nah. Schon kurz hinter mir. Holy shit. Aber ich weiß nicht, wie es heißt. Was? Das ist nicht Galaga. Ja, das stimmt. Space... Ähm. Breakout, das ist auch nicht. Uh, Maeve. Das ist natürlich jetzt fies. Space Invader. Nee. Space Defenders. Oh! Ich hab's noch. Ich hab's noch. Oh, steig. Das ist doch ein Space Invader. Nein, Maeve. Das sind diverse Space Invaders. Ja, ich hab's im Glück Fall nach oben und erst nochmal gemacht. Wollen wir keinen Fall nach oben machen? Wusste ich auch nicht, aber hat geklappt. Oh. Okay. Wusste ich, dass hier Discord-Stats funktionieren. Wölf-Buchstern drei Worte. Ja, das sind doch die Keller. Das war schneller als ich. Das zweite Grinsen hat noch gefehlt. Oh, ich hab's. Die Zähne sind wichtig. Oh, ich hab's so reingeschissen. Du müsstest auch ne Zahnlücke haben. Oh, das ist das Interessanteste der Wörter. Ich hatte nicht so viele gute Zuhausewahl. Oh! 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 Nicht letzter. Ah, ich konnte überhaupt nicht aufholen. Verdammt. Okay. Halt dich ran, Jonny. Acht Buchstaben. Mhm. 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 Kreisrund. Mhm. Zwei Augen. Ein Gesicht. Mondgesicht. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Mhm. Mhm. Das ist K. Hä? Ja! Ah, fuck! Ja! War schneller. Was? Du meinst jetzt... Ich hab halt... Das war so interessant, Fuli. Ich hab schon so die Hälfte des Wortes zu tippen, als du angefangen hast zu tippen. Ach so. Du warst so viel schneller. Du hast mich so aufgeholt. Ich dachte, Adams Apfel, der passt doch gar nicht rein. Das stimmt natürlich. Kehlkopf ist auch wild. Der gute Kehlkopf. Jetzt hab ich das eh... Ich... Ich... Okay. Wer wird's als Erster erraten? Ich hab da einen Kopf in meiner Kehle. Hm. Hä? Der ist ein bisschen zu lang. Viereck. Hä? Was? Oh, das ist es nicht! Hä? Oh nein. Was ist es? Ich versteh's nicht. Hä? Wie kann es dann nicht das sein, was ich grad dachte? Oh. Aha. Hä? 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 Sehr gut. Sehr gut. Fuli kickt sich hin. Ist wichtig. Was soll das denn sein? Bis zum Ende darf er's nicht haben. Moggi? Du musst... Du hast jetzt nicht weiter meinen. Du hast... Stark! Video! Sehr gut. Du musst doch Fuli ausstechen. Ich hab Play, Pause... Okay Mann, es gibt kein Kapitel, das ist ja bei der VRS. Das heißt, es war ein Fehler meinerseits. Ich bin bereit, das einzusehen. Einfach sabotiert. Hast du einfach Fuli sabotiert? Hä? 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 Ich weiß es jetzt gar nicht. Hä? Als ob ich dritter wäre, weil ich so langsam... Ach nö. Ach, jetzt muss ich das probieren, die anderen krieg ich nicht hin. Geh nicht hin. Das schaffe ich doch gar nicht. Scheiße. Hab kein Geld mehr. Scheiße, wo hab ich's denn? Scheiße! Ähm... Hm. Ich weiß halt überhaupt nicht, wie das aussieht. Ist auf jeden Fall ein Pokémon. Hä? Sehr gut. Sehr gut. Ach so. Ich bin sehr verwundert, dass ich's richtig beschrieben habe. Ich hab keine Ahnung, wie... Ich hab vorsichtig beschrieben, weil ich dachte, ich könnte's falsch schreiben. Bei der Runde war ich nicht gut. Ich bin voll raus. Wobei, ich hab zweimal Gold bekommen. Ich bin voll raus. Ich hab einmal Platte bekommen. Ich glaub, Morgat gewonnen, oder nicht? Was? Es kommt noch ne Runde. Es kommt noch ne Runde. Alle Gleichstand. Nein. Nicht alle Gleichstand. Einer ist schlechter als die anderen. Halt dich mal ran. Jetzt war halt wieder so ne Honigwabe, Wave. Jetzt fall mal nicht zurück hier. Okay, ich mag keine Honigwabe. Habs versucht. Honigwabe. Hier immer mit eurem... Was soll das? Das ist immer... So oft haben wir das schon gesehen. Das bin immer ich, der das macht. Ja. Das kommt diesmal. Hä? Ja, das macht keinen Sinn. Nee. Ge... Hä? Hä? Ich kapier's nicht. Freunde, ich kann euch gleich mal ein Geheimnis verraten dazu. Oh nein. Ja! Was? Ich hab's. Oh, das ist so schwer. Freunde, immer schön durch die Hose atmen. Wie hattest du das an? Wie hattest du denn so viel aus an? Wie hattest du denn so viel aus an? Dave, mach doch nen Pfeil für die Richtung. Hab ich doch. Oh. Warte. Hab ich den Ende gemacht? Hab ich den nicht gesehen? Am Ende hab ich den gemacht. Okay. Das erkenne ich. Das sind Erbsen. Ja, ich wollte auch mal das Männchen, aber das sind zwei Wörter irgendwie. Okay. Keines Männchen? Oh. Dead Boy. Hey, was? Das ist wirklich eine Scheiße. Halt's auf. Das ist ein Film? Warte. Vielleicht. Ähm. Irgendwas, wo Aliens umgebracht werden, oder? Ach so. Zombies. Scheiße. Da war ich zu. Hm. Oh, das kostet mich wertvolle Punkte, dass Johnny es nicht erraten hat. Das kostet Johnny auch. Das kostet Johnny auch Punkte. Das kostet Johnny auch Punkte. Scheiße. Toll gemacht, Johnny. Ja, das war schrecklich gezeichnet. Oh, Nick. Das ist doch ne Tastkaff. Äh. Ne, 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 ne. Was? Oh, was? Wie wird das denn geschrieben? Das ist ein Kaffee. Ja, das ist Kaffee. Das ist Kaffee. Das ist eher das... Ich weiß, aber das ist halt schon zu drauf. Du hättest einfach so einen Laden malen müssen, wo Johnny alleine drin sitzt. Was ist das für dummer Auswahl? Das war vor acht Jahren! Das, was ich jetzt nicht genommen habe, war Shopify und Taxi Driver. Shopee? Taxi Driver ist schon. Ja, als ob ihr Taxi Driver erraten würdet. Wenn ich dann Taxi hinmal. Klar. Nein, Moggi kennt das nicht mal. Doch, klar kennt Moggi Taxi Driver. Nein. Danke, Freunde. Oh, ich hab nicht aufgepasst. Man ist nicht dritter. Also ich bin ein guter Rater aktuell, würde ich sagen. Das ist doch ein Metroid. Ja. Vier Goldmedaillen, liebe Freunde. Uh, wer hat es gewonnen? Wahrscheinlich ich. Ja, Moggi. Jo. Jo. Fuck, jetzt da auch noch. Und mit Fully geb ich mir wieder die Hand. GG. Oh, schaut euch ihn an. Gute Runde. Yeah. Das ist die coolere Kategorie auf dem Feld. Ne, warte, das war die gleiche. Machen wir noch eine Runde. Noch eine. Eine würde ich noch machen. Ich würde gerne einstellen, dass wir nur dreimal raten dürfen. Oder fünfmal. Ja, mach mal ein bisschen weniger. Das ist mir ein bisschen Nervenkitzel, die Sache. Ich weiß nicht. Da kitzelt meine Nervenfully. Okay, drei Mal würde ich mir noch raten. Drei Mal? Okay. Oh, das ist fies. Schauen willst du, wie ich nichts errate. Das gefällt mir. Das ist doch Honig. Honig. Ne, 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 ne. Da hätte ich noch gar nichts gemacht. Ja, ich habe immer noch diese Überblendung. Ich kann auch gar nicht. Honig. Fully, tipp mal ein. Ne. Okay. Jetzt fühlt mir so viel ruhiger alles. Fällt mir auch noch so ein langes Song. Der Song ist bei mir ganz anders. Ja, ich erkenne es schon, aber... Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Okay. Passt so, oder nicht? Passt für mich, ja. Oh nein. Was? Oh, wo war ich mit dem Haar? Was? Bist du doof? Das Ding da. Hä? Ach, die Stuhl. Ja, das war ja eine Liege. Ja, nur die Liege. Ja. Der Liegestuhl ist ja ein bisschen anders eigentlich, fällt mir das auf. So wirst du noch besser hochklappen können. Die soll mein Leben wieder. Da kann man ja gar nicht richtig hochklappen so. Das sind jetzt die Liegestuhl. Hast du gehört, Johnny? Hast du noch drei Mal raten dürfen? Ne, ich war mal hin, Herr Johnny. Kann mir mal eine Trailer rauslaufen. Von den Buchstaben her passt es. Äh, es klappt tatsächlich, es kommt bald ein neue Mario-Trailer noch raus. Was? Wie, was? Ah ja, easy. Hey, ich... Ah nein, ich hab kein Leben mehr. Ach so, ich bin so... Das haben wir dir jetzt schon zweimal erklärt, Johnny. Ja, du hast noch nicht... Du hast dich geweigert zu hören. Hallo! Was hat das mit nichts zu hören zu tun, dass ich jetzt erst geweigert habe, dass meine Leben weg sind? Krieg ich doch keine Punkte, wenn du ihn nicht erraten kannst, Johnny. Du sabotierst mich hier. Erst erlege ich schon jetzt das. Oh ja, lass mal Mogi sabotieren. Ich hab doch eigentlich richtig gesehen, dass man den zuklappen kann. Jetzt darfst du nicht mehr so zeichnen, dass es am Anfang aussieht wie Schegi und dann erst wie Turtur. Musst halt mit dem Kanonen anfangen. Was? Wie soll man das denn... Du hast ja ein Gesicht auf dem Stuhl. Ich weiß was das ist, aber das passt da oben nicht hin. Das passt trotzdem nicht. Was? Ah nee, ist falsch. Ist ja gar nicht so, oder? Nee. Keine Ahnung. Aber ich hab's trotzdem beraten. Ja. So ist das eher. Achso. Wir waren beim Qualenfischernetz, Mogi und ich. Ich war nicht beim Qualenfischernetz, ich war bei Spongebob. Ja, ich doch auch. Hä? Ja, aber ich hab Spongebob gedacht, ich schweigfischernetz. Ja, aber das sah doch aus wie eins. Nö. Dann nicht. Wieso hast du das dann plötzlich erkannt, als es keines mehr war? Sehr gute Frage. Das reicht, oder? Nein! Nein, heute schon mal nicht. Das reicht nicht. Okay, okay. Was kann ich denn noch dazu machen? Willst du's verarschen? Das ist nichts. Ja, will ich. Du kriegst übrigens Punkte, wenn wir das erraten. Ich weiß. Was? Was soll das sein? Ist das denn? Was? Will ihr uns verarschen hier, oder? Wie kryptisch kann etwas sein? Hä? Oh mein Gott, als ob ihr nicht draufkommt. Ist das Würde? Das ist wirklich so ein... Wirklich? Gepäck. Was war das für ein Netz? Was ist das für ein Wort? Gepäck. Ey, das war ein Rucksack am Ende. Oh, vier Punkte habe ich. Gepäck ist einfach ein zu kompliziertes Wort. Ich denke, er hat einen Koffer und Taschen und so. Aber nicht an den Oberbegriff Gepäck. Nicht an den Oberbegriff Gepäck. Mit viel Abstand. Yo. Vier Punkte. Johnny Ratt hat ihn überlegt. Johnny, du hast auch Leben beim Zeichnen, ne? Krieg ich ein Leben beim Zeichnen. Oh, er hat schon wieder nicht zugehört. Er hat schon wieder so ein Handy in den Hand gehabt. Ich habe es gehört, wie er so ein Tuch gelegt hat. Ja. Noch mehr Clam wisst ihr nicht. Mhhh... Jetzt irgendwas Leben. Also eigentlich nicht, aber das ist so spezifisch. Okay, warte, ich... Vielleicht kriegt ihr es auch. So. Stopp. Ach, dreiner Käse. Ja, aber... Boah. Hä. ... Hä. Hä... Hä? Mit See? aber hätte ich noch dazu sagen dürfen ja das ist übrigens eine sorte das käse war ja er war orange das ist der war schon muss ich nicht einmal schon nicht schlecht war nur scheiße ja weil ich schlecht werden scheiße ich habe inzwischen die leichten wörter raus und punkte abzustauben ich habe ja kein netz ja aber schnell habe ich reingeschissen das war aber nicht gut das ist nämlich schon wieder mail geholfen der liegt sowieso schon so ein buchstaben ist doch final fantasy das fulltime game was ja das war stark war okay alles gut keine sorge freundlich können jetzt ein bisschen rein scheißen ist ja jemand der hier scheiß ich habe keine ahnung war ein bisschen ja auch für sie da ich anders aus könnte man halt noch wesen dazu machen kann sein bisschen klar ist was ist das okay ach das ist eigentlich okay ich habe es mit einer schaufel aber sowas gibt es auch also es gibt auch die längeren kehrschaufeln die so bis in diesen bieten stab und dann handfinger und kehrschaufel ich war völlig los naja eigentlich heißt es handfinger und schaufel ich hab das gefühl ich sag das immer naja ja oh let's go ne ach so sei doof ne ich ach so das ist auch nicht piek ist mir doch egal ich hab noch deinen buchstaben überlegt ja das stimmt das war das karo aus wenn ich richtig gesehen hab da war ich doch im zuchtzwang jetzt bin ich auf einer welle mit fulli grad und ich bin so weit weg von meh was ist denn hier los ja mehf hat seinen vorsprung noch rausgebaut warum ist da steht grundlage ist eins der wörter wollen wir mich verarschen kennst du nicht die grundlage die basics ich wurde schlecht übersetzt von fundamente oder so das war aus dem büro stand da ach ja ihr habt ja nur ein paar versuche warte da sollte ich einfach machen ach so wada wap wap wau mehf komm schon mehf was was lieder ich kenne nur ach wimper ich war die ganze zeit bei liet augenli ich hätte auch einfach auf moggi es zeigen können eigentlich Ja, auf Wimper kam ich gar nicht, ey, scheiße. Aber es war gut für euch. Ich kenne es nicht, jetzt habe ich so wenig Punkte, weil ich meinen Maven Pfiffband nicht kenne. Doch, ich kenne Wimper, aber ich hatte die ganze Zeit Augenlid in den Kopf. Warum auch immer, voll dumm. Boah, das wäre so ein schwieriges Wort, warum ich das überhaupt versuche. Das würde er nicht nehmen. Das ist Pickel, Rick. Alter. Fuli hat er. Was? Ich bin so verwirrt. Ach so. Ach so. Du hast mir ja gesagt. Ach so. Also, Pickel. Ich habe vergessen, wie das deutsche Wort war. Der Pickel, Richard, hat es nicht erraten. Nein, 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 nein. Ich wusste nicht mehr, dass es Gewürzgurke auf Deutsch heißt. Ja, es gibt viele Bezeichnungen. Es gibt auch saure Gurke. Essiggurke. Essiggurke. Da will man immer direkt rein. Hä, Mann, aber wir haben nur drei Versuche. Das ist doch so ein schöner Ausflug oder so. Hm. 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 Jo, was? Ja. Hä? Passt aber nicht hin. Ach so. Ja. Ach so. Stark. Gott, so schlecht gesagt. Ja, war erkennbar. Ich hätte gerne eine Grieskanne. Oh, da würde ich jetzt reinlöffeln. Nee. Doch, da gehe ich mit. Oh, warum hat das doch keiner gemacht? Die Grieskanne. Ja, weil ihr das Spiel nicht mehr spielen wollt. Ja, so richtig vermarkten war das. Ihr wollt, ihr wollt, das ist ein Erfinderspiel aus Jackbox nicht mehr mit mir spielen. Deswegen macht es niemand. Ich will das spielen. Ich mag das. Ich mag das mit den Präsentationen nicht so gehen. Zum Beispiel. Das hattet ihr schon, oder? Ja, das habe ich versucht. Deswegen habe ich schon reingerufen. Ja, ich war gerade nicht da. Ja, Pat und die Stupides ist auch okay. Nur das mit den Präsentationen. Das ist immer so. Weil mit vier Buchstaben. Als ob das richtig ist. Let's go. Ach so. Ja. Ach so. Ach so, jetzt sehe ich das auch. Ach so, ja, jetzt. Das ist aber eine gute Runde für mich. Zehn Punkte. Ich habe elf Jungs. Der Vorsprung schrumpft, Johnny. Oh, Maeve. Zu mir. Ich bin ja auch mit Fully gleich auf. Ich freue mich, dass ich Maeve auch geholt habe. Ja, ich habe auch zehn Punkte bekommen. Scheiße. Er holt mich. Na, es war halt nicht viel, was ich hatte. Zehn Punkte sind viel. Was soll denn das? Nein, das war ziemlich schlecht. Nein, zehn Punkte sind überdurchschnittlich. Das ist doch Honig, Freunde. Nein, das ist eine wilde Frisur. Morgi, es kommt auf die Technik an. Wow. War vielleicht dritter, zweiter. Komm schon. Mein Kopf ist ein verficktes Achteck. Achteck. Okay, das wird interessant. Oh, ich hätte Rocco aus Rocco's modernes Leben zeichnen können. Den hätte ich nicht so fordern können. Ja, aber dann hätte ich ja nochmal den machen können. Oh, ich weiß, was das ist. Das schreibe ich jetzt nicht. Aber du weißt das? Ich weiß es nicht. Doch, ja? Doch, ich denke, ich weiß, was es ist. Oh. Ich weiß, was es ist. Hä? Mir wurde nicht zurückgemeldet, ob das richtig war oder falsch. Hä? Ich bin rausgeflogen. Verbindung unterbrochen. Mann, ich hatte es doch. Ja, ja, ja. Hab ich nur rausgekickt. Ja, was heißt hier ja, ja, ja. So schnell ist es nicht. Ja, 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 ja. Das richtige Wort war Schneebesen. Ach was, Spiel! Ach, seid ihr alle raus? Nee, du. Nö. Nur du. Er hat geragequittet. Wann bist du rausgeflogen? Weiß es nicht. Ich kann doch mehr. Ich weiß, dass er den Schneebesen nicht schafft. Ich hatte ihn als erstes. Nee, nee, ich hatte ihn als erstes. Machen wir jetzt weiter oder was? Ja, ja. Ja, wir sind bei Runde 4 von 5. Ja, das Spiel ist durch. Video geht es 52 Minuten. Cool. Wurde ja nicht gerade knapp, dass ich hätte gewinnen können oder so. Kannst du versuchen, mir nachzutrechnen irgendwie? Nein, jetzt bin ich auch raus. Echt jetzt? Ja, jetzt bin ich auch rausgeflogen. Wir haben die Lobby verloren. Okay, nice. Ja, ich bin noch hier. Aber ich komme auf dein Wort nicht. Ist okay, sieht eh niemand mehr. Ja, dann würde ich sagen, dass du so weiter es fribbelt. Gute Runde. Wenn das Video 50 Minuten geht, fangen wir dir noch eine Runde extra an. Ich habe mich eingeladen. Keiner konnte Lobby nicht beitreten. Die Lobby existiert nicht mehr. Sie sollte vom Host neu erstellt werden. Sehr gut. Tschüss, Leute. Das ist das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Den gibt es bei mir. Tschüss. chic.